so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von super mario 64 ds ja leute wir sind in der allerletzten welt angekommen und ja sie heißt regenbogen raserei schauen wir mal wie wir uns hier so schlagen werden ob wir viele fehlen werden oder ob wir uns gut anstellen werden ja schauen wir mal so übrigens werde ich hier die sterne auch nicht in der regulären reihenfolge und sage ich jetzt mal sondern sie so holen wie ich möchte oder ich spring einfach in den tod geht auch toller part beginnen so ok und jetzt hier rüber ok ok alles easy so und hier sind jetzt die acht roten münzen versteckt sage ich jetzt einfach mal so der kumpe geh weg so oder ich gehe weg geht auch so sag mal die kamera ist hier bisschen blöd ok da außen ist auch die rote münze alles klar so oh gott ok so hallo kannst du bitte ist so ok und dann machst du hier noch mal ein rückwärts also dann ist alles gut jawohl 3 dritte rote münze eingesammelt dann hier ist nummero 4 nummero 5 nummero 6 und 7 und wo ist nummer 8 wo bist du hier ok das war doch mal ein ganz einfacher stern würde ich jetzt einfach mal sagen jawohl es geht so ok ich denke übrigens nicht leute dass wir diese welt in einem part schaffen werden weil sie schon ja ein bisschen schwierigkeit hat ich meine ist ja die letzte welt aber ja passt schon wir haben ja nicht jede welt in in einem part geschafft es waren jetzt 23 vielleicht übrigens leute hier können wir ganz einfach abkürzen entweder mit einem weitsprung oder mit luigi halt mit diesem rückwärts halt so alter wäre ich schon wieder fast gestorben oder ich glaube so hier hoch so und dann auf diese schaukel hier drauf oder was ist auch immer für einen namen hat ich gehe mal auf die seite mit dem mit der kamera so lol ich habe gar nicht nach ich habe gar nicht nach hinten gelenkt okay alles ist chillig manu so hier wieder auf diese donuts blöcke alles kein problem ganz chillig jetzt muss die wippe noch hoch gehen ja gott was die stelle ist dezent blöd also ok dann hier auf die donut blöcke haa hier rüber auf diese fliegende plattform ok 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 rückwärts salto rückwärts salto ist das sichere so und dann hier hoch irgendwie das mache ich glaube auch mit rückwärts salto nicht runterrutschen luigi 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 hey nicht runterrutschen ja ok ok alles klar so ok und da vorne befindet sich ein stern so ok ok alles chillig alles easy alles peasy oh gott ok ok und hier rüber wow und in den stern rein nice die welt ist bisschen schwierig ein laues lüftchen hat jemand gefurzt oder wieso ein laues lüftchen ne manu manu nicht nicht so denken ok denke ganz normal alles richtig gut und toll ja so dann hier rüber wieder mit dem rückwärts salto die kamera umdrehen so ja so dann hier rüber darüber darüber mich juckt ich weiß es hat nichts mit dem spiel zu tun aber aber auch gott so ok hier hoch wieder da hoch hier rüber darüber hier rüber ok und hier rüber auf den goomba hey das ist gut grad so hier rüber hier rüber oh gott so hier hoch zack 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 und hier ein rückwärts salto ok alles gut zack so 110 sterne haben wir erreicht das ist doch toll typische dreiecke so ok und ja jetzt gibt es noch drei sterne ne noch vier sterne gibt es zu bewältigen lass ich mich grad mal überlegen ok bei dem abschnitt wo wir auf grad eben waren sind wir erstmal fertig könntest du dich eventuell drehen so nein also so ganz gut ich mich grad mal überlegen welche sterne es noch gab hier drüben waren auf jeden fall noch welche können wir auf jeden fall noch bisschen was holen so genau okay hier sind blöcke weg hilfe okay hier wieder ganz chillig auf den aladdin teppich drauf alles easy und wie sie da hinten sehen wir wieder diese dreiecke okay hier müssen wir jetzt drüber und gott sagt dem blog aus dem weg schlagen okay alles chillig ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal rechts langweilen danke spiel danke das ist doch blöd das ist doch für das ist doch blöd das ist doch blöd jetzt springen mal auf den tab wo also luigi die 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 so ungefähr genau ja läuft bei mir so baba 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 voll spannend hier gerade ja voll spannend wow alter 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 nein luigi du bleibst hier oben du bleibst auf dem teppich drauf okay alles alles ruhig luigi alles chillig alles toll alles okay hier wieder auf den teppich drauf wo also wieso hält er sich nicht da fest du scheiß spiel luigi langsam reicht's mir okay up das ist doch mal echt unfaire das ist doch mal echt unfähr ich kann denn das ist doch recht blöd wieso feld luigi dauernd wieder runter ich habe echt genug verbrennt ihr bitte nicht den arsch ein bisschen muss ich mich abregieren ich muss wieder ein bisschen runter kommen leute deshalb die singerei alter luigi spring doch nicht immer so knapp luigi ja okay alles alles ist gut chill deine basis und dann mag ich dich verbrennt ihr doch nicht den arsch alter alter bleib auf dem teppich der tatsachen oder so okay hier ist der stern und ja leute dann würde ich sagen mit der wunderschönen schnappszahl 111 möchte ich auch diesen part wieder beenden ja wenn ihr den part aktiv bis zum schluss verfolgt hat schreibt mal hashtag über den wolken in die kommentare wenn ihr wollt ansonsten würde ich mich natürlich auch über sonstige positive bewertungen freuen aber dann würde ich sagen das nächste mal schließen wir diese welt hoffentlich ab denn ich mag sie wirklich nicht so arg bis welt 14 ist alles chillig ja gut abgesehen von den wasserwelten die mag ich auch nicht so ja aber wo war ich ja leute ich danke auch schon wieder fürs zuschauen und tschüss tschüss